Vielleicht steht hier ein Fenster offen. Ja, also. Hallo? Mann, ist das ein Staub hier. Hier war lange keiner mehr. Ricks Lehrbücher. Er hat abends gelernt, damit er über Tag den Laden weiterführen konnte. Er war nicht aufzuhalten. Hier ist ja noch Licht an. Roxxon-ID von Ella Sterling. Aber das ist ein Foto von Finn. Finn hatte einen Partner für einen Anbruch bei Roxxon. Das Team, das NuForm entwickelt hat, wurde krank. Und Rick war der Projektleiter? Irgendwelche Medikamente? G-C-S-F. Zur Behandlung von Knochenmark-Zerfall. Wem gehören die? Diese Mauer war doch früher nicht hier. Okay, das ist ein Geheimraum. Finn steckt hinter der Underground-Ausrüstung. Schon schräg. Wir tragen beide eine Maske. Videodatei. Von vor sechs Monaten. Ich mache einen Test-Upload. Mein Team wird krank. Und Krieger tut so, als wär's nicht das NuForm. Wir müssen es heute tun. Lass mich. Sind wir denn bereit? Müssen wir wohl. Die Arbeit in Harlem hat begonnen. Vor ihrem Zeitplan. Er vergiftet die Stadt aus Profitgier. Sie drücken aufs Tempo. Ignorieren Sicherheitsberichte. Sie dürfen meine Forschung nicht pervertieren, Finn. Okay. Zuerst geht es um den Kern. Dann löschen wir die Daten. Und Sie können sicher nicht einfach nachproduzieren? Nein. Nicht, wenn wir den Ersatzvorrat in Jersey auch vernichten. Ohne mich haben Sie keinen Plan, wie NuForm funktioniert. Das Projekt ist dann gestorben. Ich nehme alles auf. Wenn was schief geht, gehen die Videos direkt an den Bugel. Perfekt. Bereit, New York zu retten? Bereit. Da ist noch ein Video. Verdammt. Keine Uploads. Das Handy war wohl kaputt. Das hier ist nicht umsonst gewesen. Ich verspreche es, Rick. Sie wollten das nur vom Projekt stoppen, aber... Irgendwas ging schief. Der letzte Standort Ihres Handys. Wenn ich es aufspüre... Okay, ich stelle mir vor, was mir da ist. Komm schon, komm schon! Sei unsichtbar, sei unsichtbar! Komm schon! Er ist hier! Lass ihn nicht hier werden! Er kann sich! Er kann sich haben! Was sich einfach so verschwinden kann, hat sie aufgescheucht. Sie müssen sich erst ein bisschen beruhigen. Okay. Lass ihn nicht an den Computer! Wo ist er hin? Ich muss einen stillen Alarm ausgelöst haben. Du hast keinen Kopf. Shh. Wir finden dich und reißen dir den Kopf ab, Spider-Man! Komm endlich raus, Spider-Man! Wir wissen, du bist hier! Außen! Das werden die ja immer mehr. Ich finde dich schon, Spider-Man! Hey! Hier will uns jemand fertig machen! Ich bin still James, wie läuft's! Ich bin still James, wie läuft's! Affen! Hat wer James gesehen? Sieh mal jemand nach ihm! Ich geh nachsehen! Ich brauche hier Verstärkung! Ich brauche hier Verstärkung! Komm raus, um die Hände! Hey! Wir will uns hier mal fertig machen! Keiner löst sich in Luft auf! Seht euch um! Alle! Schlaf mal gut! Wir kriegen den! Okay, zurück zu dem Computer. Wenn ich Finns Handy finde, erfahre ich, vielleicht was Rick zugestoßen ist. Und warum sie Tinkerer wurde. Da, die Position. Ich sollte wohl besser Genki informieren. Hey, hast du was in Finns Werkstatt gefunden? Ja, ich weiß, warum sie das alles tut. Ihrem Bruder ist was zugestoßen, was echt übel ist. Oh Mann. Rick hat für Rockstone gearbeitet. Er war für die Nuform-Forschung zuständig. Oh. Und das Nuform hat ihn anscheinend krank gemacht. Simon Krieger erzählt überall, wie sicher es ist. Er lügt. Fin und ihr Bruder wollten den Reaktor-Prototyp abschalten und die Weiterentwicklung verhindern. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Noch nicht. Fin hat alles mit ihrem Handy aufgenommen, aber ist dann im Labor verloren. Ich will es gerade holen. Hör zu, ich bin hier. Ruf an, wenn du mich brauchst. Mach ich. Ich bin hier. Und wehe, ich erwische euch noch mal bei Verbrechen in meiner Nachbarschaft. Damit meine ich New York. Ich will sie. Oh Gott. Rockstone Forschungslabore. Hier nahm das gesamte Nu vom Projekt seinen Lauf. Fins Handy ist irgendwo da drin. Ich habe gerade einen Einstieg gefunden. Der Schacht ist mit Hochspannung gesichert. Wo kommt die Energie her? Ich muss ihn deaktivieren. Ich habe gerade einen Schacht. Ich habe gerade einen Schacht. Ich habe gerade einen Schacht. Was ist das? Okay, wie komm ich da jetzt rein? Wenn ich Dinge aufladen kann, kann ich sie dann auch entladen? Das Absorbieren der Energie hat den Generator lahmgelegt. Es hat echt geklappt. Ich bin drin. Der Ventilator ist nichts für Spinnen. In ein schwerbewachtes Labor einbrechen. Dieses Jahr ist Weihnachten irgendwie anders. Ich sollte zu Hause sein. Schlafen. Haufenweise Videospiele zocken. Und viele Weihnachtsklätzchen essen. Wolland? Wolland? Ja! Laut Tracker ist das Telefon ziemlich tief unter der Erde. Jemand ist durch das äußere Lüftungssystem eingedrungen. Wenn es der Underground ist, töten. Spiderman oder Tinkerer, festnehmen. Verstanden, Sir. Das ist so lustig. Verdammt, Miles. Für einen Händfling. Ganz schön hart. Onkel Aaron? Du bist der Prowler? Dad hatte eine Akte über dich. Ich weiß. Und du hast jetzt bestimmt viele Fragen an mich. Aber wir müssen hier verschwinden. Das ist der falsche Ort für einen Einbruch. Ich geh erst, wenn ich habe, was ich wollte. Hör zu. Ich hab mal für Roxxon gearbeitet. Leg dich bloß nicht mit denen an. Wenn wir geschnappt werden... Dann hilf mir. Ah, störrisch wie dein Vater. Okay. Aber auf meine Art. Ich weiß, wo ich auf ein Sicherheitsterminal zugreifen kann, um dich zu warnen. Fernzünderminen. Setz sie ein, wenn es eng wird. Nicht schnappen lassen. Siehst du den Schacht mit dem Lasergitter? Wie hast du das gemacht? Ich kenne mich mit solchen Systemen aus. Konzentriere dich. Vielleicht ein guter Zeitpunkt für die Fernzünderminen. Was ist mit den Kameras los? Wieder Stromausfall? Nein, das war in Harlem. Rhino hat das ganze Kraftwerk platt gemacht. Vielleicht hat's mehr als ein Stadtviertel erwischt. Was ist mit den Kameras los? Also, wonach suchst du genau? Ein Handy. Ich empfange das Signal. Es kommt von irgendwo tief unter der Erde. Der tiefste Punkt des Gebäudes ist ganz unten im Reaktorsilo. Dann geh ich da jetzt hin. In dem Raum müsste ein Schacht sein. Führt zu einem Labor. Dann zum Reaktor. Einem Nuform-Reaktor? Laut diesen Bauplänen, ja. Hey! Wo ist das Nuform, das ich wollte? Oh. Wir versuchen mehr zu machen, aber Mason hat nichts dokumentiert. Und? Tja, einer der Nuform-Kanister soll ja den Brückenvorfall überstanden haben. Also, wenn wir den zur Verfügung hätten... Glauben Sie nicht, wenn ich es hätte, würde ich es Ihnen geben? Ja, Mr. Krieger. Ich will nur klarstellen, dass wir ohne den Kanister die Deadline unmöglich halten können. Ich tue alles, was in meiner Macht steht, um den Kanister zu finden. Aber jetzt würden sie mir wirklich helfen, wenn sie zurück ins Labor gehen und ihren Job machen. Krieger hat Zeitdruck. Wirst du mir sagen, wessen Handy du eigentlich suchst? Tinkerers. Wirst du mir sagen, warum du mich verfolgst? Ha! Um dich zu schützen, solltest du dich geirrt fühlen. Ich habe meinen Ruhestand für dich aufgegeben. Unfassbar, dass mein Onkel der Prowler ist. Unfassbar, dass mein Neffe seinen Hals für ein Handy riskiert. Machen wir weiter. Du bist fast beim Reaktor-Prototyp. Du musst die Kerle ausschalten. Ich bin nicht so gern so nah beim Reaktor, der den Job vorher gemacht hat. Das ist nur noch am Husten. Ich frag mich, was meine Versicherung abdeckt. Oder die Firma. Wie ich Rockson kenne. Nicht viel. Der Lohn ist gut. Das ist auch was. Und die Ausrüstung. Das ist nicht so Wahnsinn. Das ist eine Beobachtung los. Das ist an der Macht. Sehr schön. Danke. Das Silo ist auf der anderen Seite der Abschirmung. Über das Terminal kannst du es öffnen. Moment. Es gibt weitere Labore in der Stadt. Und in jedem ist ein Nuform-Reaktor. Nuform hat Rick krank gemacht. Ich muss sie abschalten. Konzentration. Hol das Handy und dann weg hier. Geh weiter. Security ist lang. Der Reaktor ist unten. Er versorgt die ganze Anlage. Das Handy liegt ganz da unten. Ich muss irgendwie an dem Ventilator vorbeikommen. Und an den Kerlen da. Denk dran. Lass dich nicht schnappen. Der Reaktor ist unten. Hi Genki. Ich wollte nur hören, ob du verletzt bist oder... naja, tot. Danke. Mein Onkel hilft mir gerade ein bisschen. Der Typ von der U-Bahn? Ja. Und er ist außerdem der Prowler. Lange Geschichte. Warte. Der Prowler? Der Dieb in den lila Klamotten? Ex-Dieb. Wir sind keine Partner. Das ist eine einmalige Sache. Dein Onkel ist der Prowler. Wahnsinn, Mann. Also, echt Wahnsinn. Ich weiß. Ich muss losgehen. Ich erklär's dir später. Geh! 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 Sie müssen an Ort und Ställe bleiben! Geh! Geh. Geh! Geh! Die Batterie ist fast leer. Bitte nicht explodieren. Super. Okay. Kamera, Video, hier ist es. Okay. Das Ausspeichern geht nur zu zweit. Du startest die Überschreibung. Ich bestätige sie. Schritt 1 der endgültigen Nu-Form-Vernichtung. Tut es dir leid, deine Erfindung zu vernichten? Du siehst, wie es mir geht, oder? Machen wir die Welt sicherer. Bereit? Bereit. Überschreibung beginnt in 3, 2... Für wen? Das war ich nicht. Wirtschaftssabotage, Rick. Wirklich. Niemand interessiert sich für ein paar kranke Leute oder einen toten Ingenieur. Du fällst für uns unter Geschäftskosten. Nein! 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 Ich kann stoppen! Ich kann stoppen! Ah! Nein! Ah! Rick! Rick! Nein! Nein! Fynn! Nicht in sich! Hier drin ist noch jemand. Fynnete ihn. Rick wollte Menschen retten und Krieger tötete ihn. Ich muss ihren Plan zu Ende bringen. Onkel Aaron, kannst du den Reaktorschild von deiner Position aus entsperren? Warum? Du hast das Handy. Verschwinden wir! Der Reaktor hat meinen Freund getötet. Er muss abgeschaltet werden. Für immer! Ich brauche deine Hilfe. Bitte! Onkel Aaron? Okay. Bleib zurück. Danke. Wow.